Balcony TV Herzlich Willkommen zu Balcony TV Stuttgart hier auf dem Dach der wunderschönen Jugendherberge Stuttgart International. Wir haben heute die Band Havelka hier und ich habe es richtig ausgesprochen. Yeah, jawohl, denn dieser Bandname wird nicht Havelka ausgesprochen, wie der ein oder andere vielleicht vermuten mag. Nein, er kommt von dem Café aus Havelka in Wien. Na also, dann haben wir es jetzt endlich mal geklärt. Gut, wunderbar, ihr habt uns einen Song mitgebracht, der heißt? Marktplatz ist von unserem neuen Album, Das Fest, erschienen im April in Stuttgart, aufgenommen Ralf Milberg und sozusagen der Reggae-Song, der gute Laune-Song. Genau, da reden wir gleich nochmal drüber und wir freuen uns jetzt auf euren Song. Legt los! Hier, wo das Junge sich hier trifft, Schatten und Licht einen Tanz vollbringt. Und unter dem Waldachem und am Schirm. Hier, wo das Alter sich hier trifft, Schönheit verwirrt, es sich vermischt. Und unter dem Waldachem und am Schirm. Lust am Spießliebe in den hinteren Räumen, hier wird verkauft, Intrigen und Träumen durch den Glas. Gier und Geiz, Gier und Geiz, Weichnab im Sarg, Freunde, wir sind zu Haus. Und unter dem Waldachem und am Schirm. Und unter dem Waldachem und der Tugend und Lastung. Geschichten klagen, nur außerhalb warst du. Ein Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.